So, ich glaub er konnte es connecten. Ja, hatte ich. Beide haben dieselbe Idee, Alter, Niklas. Und einer zieht's durch. Hä? Einer zieht's durch. Ich bin drin jetzt, hier, eine Runde. Das ist spät, weil ich einen Time Out hatte. Also erst mal am Rundenanfang, Niklas und ich beide ins gegenseitig abgeschossen. Ich hab dann irgendwann aufgehört und Niklas hab natürlich eiskalt weitergemacht. Da haben wir jetzt so wirklich herzlich willkommen zu... Ich glaub Julian hat ein Disco. Arne, gib mir da. Oh, ich spiel mit Flo, dem ich noch. Ja, mit Flo und Arne. Einer ist noch unten drauf. Das sind faire Teams. Ja, Arne? Ja, doch. Na komm. Renni, wir machen das. Wer hat denn da minus 50 Punkte, sag mal. Ähm, du. Soll ich noch wechseln? Ja, lass mal gucken, lass gucken einfach. Ja, wechsel doch noch. Krass, was ist los bei euch? Ich hab den mal... Oh. Ihr wisst, ich muss im Gewinnerteam sein wegen Aufnahme. Ich hab einmal zu dir geschossen. Grad war das so, weil ich dachte, wir müssen unterbrechen, weil Julian Disco hatte oder so. Ich will nicht in deiner Welt ohne Niklas leben. Genau. Oh, Leute, was habt ihr gemacht? Ja, Lenni, krass. So, jetzt kommt aber richtig. Nein, Lenni, ich hab schon die Schüsse gehört. Jetzt kommt aber richtig. Ich muss nie sind, ey. Du bist hier hingekommen. Drei dumme, ein Gedanke. Wie, wie oft hab ich... Ich war einfach auf dir drauf abgeschossen, oder? Jaja, du warst nicht auf mir drauf. Oh, oh, der ist außen rumgelaufen. Ich kült ihn trotzdem. Ich brauche eine andere Seite. Ich kült ihn nicht, Esther. Ihr kommt jetzt da durch diesen Gang. Krass, Alter. Ihr seid an zwei Positionen, weißt du? Da, guck mal. Ja. Bumbe, Adelaide! Ja, ihr seid so ultra retardet. Wieso? We, we- weißt du? Ihr seid so ultra retardet. Pfff, sehr gut. Das musst du jetzt sagen. Die sind von unten geflogen, die Teile. Die sind von unten hoch geflogen bei mir. Die. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dann ist es angekommen. Er hat keine Hexer. Boah, das war doch mal Premium. Ich war so Premium, das kennst du dir gar nicht, soll du. Seid das sich versteht. Prämium. 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 Ladiladiladio. Ladio. Ladio. Oh oh. Ja, in dem großen Haus da. Na ja. Auf dem Weg nach oben. Und kaputt. Aber einer ist auch nach unten. Pass auf, im Bunker liegt. Oben, 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 oben. Im Bunker liegt eine Clamo. Und da macht er das, ey. Yes. Ich hab ihn nur irgendwo grad gesehen gehabt. Und dann hab ich nur noch gemacht. Ja. Junge, der hat aber Fußkuchen, hast du mir gemacht. Oh, der hat dir ins Gesicht, hat der dir gekackt. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ich bin heute ein bisschen... Komisch. Hm. Oh. Wenn man mag ne Macke, können wir ein bisschen rumlügen. Da ist unten drin. Definiere unten drin, bitte. Äh, äh. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich gestorben bin. Wird mir leid. Ja. Bei Arne war das genau. Ja. Ich weiß nicht, wo er ist. Irgendwo in diesem Haus da drin. Du campst dich da nicht. Der andere war ungefähr auf der anderen Seite bei unserem Spawn. In dem großen Haus, wo er durchgehen kann. Der andere hier wieder, Pro mit Farmers. Der ist da oben drin, wo Julian immer campt. Hä? Alle wissen sofort, wo gemeint ist. Alle. Ausnahmslos. Alle wissen, wo gemeint ist. Ja, alle. Also Niklas weiß es. Ich habe Angst, ich will es nicht tun. Dass du mit Geräusche bist, macht keine Ahnung wo. Wissen auf alle anderen. Jetzt wissen alle, wo du bist. Also macht keine Aufmerksamkeit. Messer hin, mein Arne, Messer hin. Ach, schade. Alter, Niklas fällt drauf rein. Ja, klar. Dreht sich erst mal instant um. Und guckt, ob der jemand steht, der ihn messert. Toll. Arne zeigt wieder seine Noob-Taktics. Ist ja auch Mr. Loob. So, jetzt nehmen wir jetzt Farmers und Taktik. Schade, ob jemand mit der Schade Farmers spielt, ey. Ist ja dann... Ja, Julian, das zählt nicht, wenn du spielst, weil du lagst. Ich könnte jetzt hier eh nicht den Teamkiss machen. Mach mal. Lass es. Einer geht zu B. Äh, zwei sind bei Langen. Einer ist noch bei denen am Spawnen und der andere war in der Posten. Da war, wurde aus Kurt, äh, Dieter Kuchen. Siehst du, warum man nicht bei der Farmer spielen soll? Wunderschönster, Lars, du, Alter. Was sag ich? Wir drehen das noch. Guck's dir an. Woher? Wo ist es? Oh mein Gott. Du, manchmal sagt das Männchen, dass du durch die Land durchsiehst, mehr als tausend Worte. Flo. Flo, hör auf, Alter. Wieso? Wer fällt euch das? Mach nicht das. Geil. Das macht einfach so null Bock. Das ist so stark. Geist so. Ja, genau. Wo stehen die dann immer? Geist. Guck dir das an. Flo? Was ist eigentlich Instant-Rafik-Akumen? Es ist unglaublich, weißt du? Es ist unglaublich. Hauptsache, ich hab nicht mal irgendwie Schalt-Empfeuer drauf und der weiß nicht wo ich bin. Ja, echt. Mann, einfach mit meinem Ding, das ist so behindert, Alter. Ja. Roger. Ja, Julian, da kann man nur… Guck mal, ich spiell das von Rafika nur für euch. Guck mal, ich spiele da schon, Rafika nur für euch. Alter, kann jetzt bitte mal irgendwer, Flo, kannst du mal bitte die Schnauze aufbauen? Vielleicht. Äh, beim B hinter dir, hinter dir. Ok, gut. Ja! Das ist doch ein Scherz! Ha! Hauptsache noch die Rettung. Das musste sowas dann sein. Ja. Äh, ich weiß nicht, was die letzte war. Arne, du hast die Macht. Sorry. Ich hab die Färme, die du da hast. Aber das musste sein. Ich musste ihn einfach so schön klettern, wenn er da unten steht. Ja, und ich musste hier dann einfach knifen. Doch, ich hab dich geklettert. Äh, geklettert. Was, Alter? Oh, Alter. Und da macht der Rafika Kuchen! Der Rafika ist ja auch ne krasse Noobwaffe. Guck mal, jetzt hol ich meine Noobwaffe da raus. Die stärkste Waffe im gesamten Spiel. ACR? M4, A4. Nein, die ist scheiße. Hä? Krass. Das Ziel verteidige mich. Komm, ich nehme auch mal Rumpir. Ja. Da waren zwei, ich treffe einen. Ja, ich bin auch weggelaufen. Da ist immer der, der aufnimmt. Das ist unfassbar. Ja, da kannst du jetzt mir zuschauen. Ja, ich guck dir auch grad zu. Kannst du jetzt den guten Leuten zuschauen. Jetzt guck ich dir zu. Jetzt guck ich dir zu. Jetzt guck ich dir zu, weil der Action ist und du bist ein Kacknoob. Ja. Und ihr seid beide Kacknoobs. Und er war... Junge, ich fick euch mit ner Piste. Junge, das macht mich grad so aggressiv einfach. Ja, mich auch. Hab ich denn was hab ich denn für OP-Wasser? Mit der Niklas spielt. Die ist so scheiße. Das ist unfassbar. Nein, das ist eigentlich nicht gut. Junge, hier Team 3 Schuss gegen Team Loser. Team Loser gegen Team... Ich komm gleich vorbei und schlag die ins Gesicht. Achtung, feindliche Vorrede. Niklas ist eher afkar, also... Oh, ich hätt ihn fast mit meinen Kisten erschlagen. Mit deinen Kisten, Junge. Wir waren nix in Schule. Wir waren nix in Schule. Können wir jetzt bitte kurz ein paar Möcke nehmen? Die Bombe wurde platziert! Wo warst du? Der letzte ist auch noch am Sporn. Ich weiß auch nicht, wo du warst. Ich hab da einfach nur hingeschossen. Und Hitmarker gekriegt. Ich hab da alles abgespottet und da warst du einfach nicht. Ja, jetzt ist, äh, hier Ficklars auch noch AFK, ey. Krass. Ne, der hat wahrscheinlich großart Besuch von irgendwelchen Großeltern und, äh, der muss jetzt Kuchen essen. Ist Kuchen. Hä? Ne, Julian, wenn du dich dabei tötest, werde ich dich jede Runde, bis wir verloren haben... Krass. Loll! Dom, ich hab's fair gemacht. Ja, er ist fair gemacht. Sorry. Ich dachte nicht, dass du Manken am ehesten tötet. Ne. Aber schon, wenn ich angeschossen bin. Von dir. Ja. Oh, Stress rum, Mann. Brass! Mann, wir spielen viel zu wenig Afghanen. Viel zu viel Trash-Mass. Mann, es ist einfach schon wieder behindert, dass der Kacklapp mal AFK ist, ey. Es ist einfach krass behindert, dass Julian mich tötet, Mann. Ja, sorry. Ne, dafür kannst du dich nicht entschuldigen. Wieder One-Shot hier, Skaha. Niklas, du bist gemütet! Macht's nicht besser, sondern gibt uns weniger Chancen zu gewinnen. Doch, tötet mal zwei von euch, denn das fair ist eins gegen eins. Wieso steht der auch AFK im Spawn? Ja, Niklas ist noch AFK im Spawn. Den will ich dann gleich töten. Junge, als wenn der noch AFK im Spawn steht. Junge, locker schickt man. Der ist die ganze Zeit der Runderen. Die Regel AFK im Spawn gibt's übrigens immer noch, dass er sich vielleicht noch wehren kann, wenn er wiederkommt. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Schnell tötet Lenny. Loll, Mann, krass. Lenny kämpft auf den AFK. Danke. Und jetzt troll den... Ey, ich will eh nehmen. Ey. Loll! Krass schlecht. Krass nice. Junge, Niklas, einfach krasser Mann. Kommt mal bitte einer rüber. Ich komme. Na gut. Na gut. Soll ich rüber gehen? Flo bitte. Ja, Mann, dann bin ich schon wieder tot. Krass, ist das behindert. Und er hat noch... Ah! Töte mal bitte Niklas. Guckst du mir zu, Flo? Nein. Oh, schade. Ja. Natürlich gucke ich dir zu. Wem soll ich sonst zu gucken? Im AFK-Laf? Ja. Jetzt gucke ich im AFK-Laf zu. Er stoppt von 3 Schuss Grafikern. Nicht. Ey. Ey. Nicht töten. 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 Warte. Bitte lass ihn wieder kommen und jetzt einfach abdrücken. 2. 3. Nein. Kann ich seine Waffe warte mal. Warte, guckt mal bitte kurz schön in die Kamera. Stellt euch mal genau vor ihn. Damit ich ihm ein paar gute Thumbnails machen kann. Fick dich. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher gucken. Noch ein bisschen höher gucken. Wunderschön. Ja, so ist der Heck, Arne. Jetzt Julian. Arne, jetzt gehen wir noch ein ganz kleines Stückchen nach links. Perfekt. Ne. Doch. Julian. Ne. Aber er ist verschoben. Er ist nach rechts geflogen. Warte noch. Warte noch. Schieß den mal so ein bisschen über die Map. Warte. Boah. Jetzt sehen wir nichts mehr. Warte mal. Ich will mal was gucken. Darf ich nicht wieder? Sorry. Ja. Tote sie. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Warum hast du denn was gesagt und sie nicht einfach getötet? Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass die da sind. Nein. Nein. Sieht man ja auch nicht. Ich stehe die ganze Zeit vor deiner Fresse. Ich bin hier jetzt gerade wieder ins Spiel gehabt. So. Na. Krass. Egal. So kann man gut die Zeit überbrücken. Weißt du. Ich bin erstmal komplett gestahmt, dass er wieder da ist. Und schieß erstmal zwei Trommeln in der Bank und daneben. Ich bin fast tot. Was war der? Hallo. Ich bin ja jetzt in deren Team. Ich geh mal wieder rüber. raus. Achtung. Verderungsdrohne gesichtet. Mann krass. Der Lenny ist so eine Gay-Hansel. Das ist nicht witzig. Junge danach völlig Revanche auf Afghanen. Flo und ich gegen den 3. Ah. Nö. Eine Runde nur noch. Dann zwei. Meinte es eben schon, dass das die letzte. Ja. Komm. Eine Runde Afghans. Geht doch schnell. Glaube nicht. Mal gucken. Geht schnell. Los. Danach spielen wir auch noch eine Runde Counter-Strike. Okay. Und dann gehe ich schlafen. Wir haben die Runde verloren. Aber es ist doch... Ich glaube wir müssen doch was machen. Echt? Müssen wir? Was denn? Du weißt was. Ne. Ich weiß nicht was. Dennis. Rotten. Ja sag ich doch. Das hat was mit Ama zu tun. Achso. Ich dachte das machen wir mal auf Ruf. Die müssen noch gelegentlichste Runde doffen. Was? Ich dachte das machen wir mal auf Ruf. Was? Die letzte Runde. Was? Äh. Ich. Haben wir nicht gesagt wir nehmen morgen Free DayZ auf? Ja meint ihr doch. Was? Achso. Ja. Loil. Jetzt habe ich es verstanden. Krass mir echt dumm. Okay. Kann ich mir das auch mal früh machen. Ist mir egal. Ich camp nicht. Guck's dir an. Ich wusste dass einer kommt und bin ganz langsam über die Karte gesneakt. Guck es dir an. Ich sneeke die ganze Zeit über die Karte. Ist kein Campen. Mich ist das kein Campen. Die Waffe wurde übrigens von Infinity Ward produziert. Du liegst an der Stelle und guckst die ganze Zeit. Ich lieg da nicht. Ich bin da rumgekrabbelt. Hab ich dir auch gesagt. Ich hatte Angst dass mich einer tötet. Ja du campst einfach nur. Ich camp nicht. Ich camp nicht. Nein nein nein. Es war kein Camperswort. Natürlich campst du. Ach Quatsch. Liest du die Definition auf Wikipedia durchzulappen? Ich lese mir keine Definition auf Wikipedia durch. Du schießt oder? Ja er hat geschossen. Ja. Deswegen wissen wir jetzt auch wo er sich auf der Karte befindet. Bunker. Das können wir jetzt messern. Loll. Hat sich's gehört? Dass du schwul bist? Ja nice. Der ist auf B. Der andere war da. Schreck. Warum bin ich ausgetappt? Schlecht einfach. Ja jetzt sagt er wieder B ausgetappt. Ich bin ausgetappt. Ist er ja auch. Nein ich hab aufgehört zu zielen. Achso. Zweiten Schuss. Boah. Meine Bühne. Ach geil. Wo ist denn da? Der Outsider. Da. Daher kam vielleicht innerhalb der Dich. Bald. Ne. Ich bin neulis. Mein wise bei. Die Krass, er ist outside. Okay. Oh, Flo macht die Phase klar. Er kämpingt wieder wahrscheinlich. Nein, da ist er nicht. Doch. Lol, Niklas hat einen Wallhack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat er denn gemacht? Er stand ja nicht. Ja, und warum hast du mich nicht getötet? Ich kann mich bei ihm mit der Situation überfordern, dass du mich nicht siehst. Feind, Waffe, Abzug. Was soll ich nur tun? Ich find's minder, dass... Oh, die töten insgesamt. Die töten ja insgesamt. Hast du Lenny getötet gerade? Ja, der hat mich angeschlossen und ich wollte zurück schießen. Lol. Lol. Für die Aktion eben hätte ich dich eigentlich töten. Lol. Oh mein, der ist Mitte. Lol. Lol. Der ist oben jetzt da. Lol. Oben links. Lol. Ja. Krassester Mann aller Zeiten. Ja, da waren Steps. Er ist so hart, man. Da waren Steps auf ner Treppe. Er ist so hart, man. Er ist so hart, man. Er ist so hart, man. Er benutzt einfach ein... Er ist so hart. 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 Er hat Balls of Steel. Und ich kann es nicht. Doch, ein bisschen über die Entfernung. Ich muss mal was trinken, dann kann ich es auch sprechen. Warte. Ja. This man got Balls of Steel. Lol. Da bin ich gegen meine Tastatur gekommen. Schieß, schieß, schieß. Nein! Da krieg ich nen Hitmarker, Alter. Ah, ne. Du musst deine Sturm gewärmen lassen. Ich bin jetzt zum zweiten Mal mit meiner Maus gegen meine Tastatur gehämmert, sodass sie geschossen hat. Ja. Ist ja ne tolle Sache, du. Aber pass auf, dass du das nächste Mal da keinen Leute dabei killst, ne? Das ist... Ups! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Bombe erlangt. Hey, die haben ja jetzt ne Aufklärungsdrohne. Nö. Lenny, wir haben ne Aufklärungsdrohne. Wir haben eine Aufklärungsdrohne. Wir haben eine Aufklärungsdrohne. Wir haben eine Aufklärungsdrohne. Wir haben eine Aufklärungsdrohne. Ja, wenn nicht, würde ich jetzt halt auch gesagt, dass du ein Warthacker bist jetzt. Ist er ja auch. Das tat er immer mit den Aufklärungsdrohnen. Könnt ihr bitte nie wieder diese Flickmap spielen? Ja, die Map ist echt scheiße. Die ist voll geil. Ich mag sie nicht besonders. Warum kann ich keine Standardklasse auswählen? Nein, die haben ja alle keine Ahnung. Hä? Weil du keinen Zweck hast, keine Ahnung. Warum habe ich bloß eine Weckstörer? Kann man während der Runde nicht? Oh, Mann. Oh, Mann. Eh, Mann, du... Schießt mich von hinten ab. Ich warte dann, um ihn da zu töten. Ich war da nicht mal drei Sekunden an dem Spot, Julian. Ja, Mann, Alter. Oh, Leute, der ist oben drin, da wo du gerade noch warst. Wo war ich denn gerade noch? Oben drin. Ja, nee, jeder weiß, dass du nur in deinem scheiß Pimmelhaus rumfickst. Dead Sentence. Da? Nee, ich glaube in der anderen Richtung. Ach so, steht das... Oh nein, ich glaube in der anderen Richtung. Ich glaube immer noch in der anderen Richtung. Egal. Die Zeit wird knapp. Alter. Die Bombe wurde platziert. Das ist klar. Loll. Sehr schön. Er hat drei Salven geschluckt, aber okay. Er hat erst getroffen bei den... Zwei danach war er unter der Treppe. Er hat drei Salven geschluckt, einfach. wunderschön pure stille hier ja wenn du pech hast musst du zwei salven schießen aber drei salven kannst du ja nicht überleben auch seit kämpft so wieder jetzt sind bitte wissen das wieder auf der war da oben ich hab noch nicht auf sein leben kann einfach nur schlecht um ein gott so unglaublich schlecht wenigstens war das richtig getroffen eine wunderschöne runde wenn auch nicht so spannend ohne die flamen aber der wir sehen uns in den freudig kämpft wie du ja das ist das erzeugt spannung alles bis dahin tschüss es lass mich meine